Hallihallo, da sind wir wieder, hier bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Und wir machen direkt weiter an der Stelle hier, wo ich stehen geblieben bin und sprechen mit Chloe. Ich bin nicht so großartig als du. Und David ist, in Wahrheit, eine steppe-douche. Ich bin sorry, dass du es zuerst erlebt hast. Du musst ihn mit ihm leben. Er hat immer so gemacht? Seitdem meine wunderschöne Mutter ihn in unsere Zuhause gebracht hat, ich nie glaube ich, David. Er hat heute auf Kate Marsch geblieben. Ich weiß sie. Sie ist cool. Nur der Prick würde sie büllen. Er hat ein bisschen wunderschönes Agenda. Er hat viele secretarien. Rambo glaubt er immer erzeugt, dass er entdeckte Entdeckung. Hast du einen Gehreise? Ja, ich kann es nicht helfen. Keine Veränderung. Was findest du? Verrückte Fotos von Kate Marsh, anderen Blackwall-Studien. Dieser Mann nimmt seine Arbeit zu sehr ernst. Er glaubt er immer erzeugt, dass er in Krieg oder was. Er ist ein totales Veränderung. Ich weiß, dass es in der Haus gibt. Ich wusste, dass du nicht wusste. Chloe, dein Haus ist unter Veränderung. Was sagst du? Es gibt Kameras all over der Haus. Ich habe es auf dem Monitern in der Garage gesehen. Ich wusste, er ist so hella fucking paranoid. Ich werde das ein Gehreise für heute. Manchmal ist es ein Gehreise. Kein Wunderschön, ich bin so schwer. Jeder in dieser Stadt kennt alle Gehreise. Was ist Nathan's Gehreise? Er ist ein Elitierer Mann, der verdienten Scheiß mit Läxativen. Und er hat mich mit einem Drogen in seinem Raum gebeten. Was? Ich habe ihn in einem Schüthole Bar, der mir nicht gebeten hat. Er war zu rüch für den Ort und zu verabschiedet. Und er hat sich immer flaschen Geld. Er sagt mir, was passiert, Chloe? Jetzt. Ich war ein Gehreise. Ich dachte, er war so blazed, es wäre eine einfache Sache. Du brauchst so viel Geld? Ja. Ich habe viel Geld. Und ich dachte, ich hätte genug für mich und Rachel, wenn sie aufstehen können. Wie viel hast du? 3,000 plus Interesse. Und bevor ich konnte ein Stück von Nathan bekommen, er hat mein Gehreise mit etwas verdient. Gott, Chloe. Ich kann das nicht glauben. Ich meine, ich glaube. Dann was? Ich weiß, dass ich auf dem Boden kam. Ich wuchs, und der Perv war smiling, nach mir mit einer Kamera. Geh, weiter. Alles war ein Blur. Ich versuchte ihn in den Ballen und verbringte ein Lamp. Nathan freaked, so ich managed zu bum-rushen die Tür und rausgekommen. Ich versuchte ihn aus. Max, es war verrückt. Ich bin so furchtbar, ich kann gar nicht sprechen. Was hast du dann gemacht? Ich versuchte ihn, dass er mich bezahlen würde. Also, er hat sich in der Bühne gefunden. Und er hat eine Kugel. Das war Nathan's letzte Fehler. Er ist noch gefährlich, Chloe. Nicht nur für dich. Oh, gut, dass du den Prinzip bemerkst. Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich sicher. Ich werde nicht immer da sein, um dich zu retten. Du warst heute hier, Max. Du hast mich geholfen. Ich bin noch immer auf das. Ich sehe dich nach all diesen Jahren, fühle mich wie... ...Destiny. Wenn es das ist, ich hoffe, wir finden sie. Ich hoffe, wir finden sie. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ich möchte, dass ich eine Bombe auf Arcadia Baye und es um, wie ein Schiff. Oh, no! Not again! Das ist jetzt ein heads up. Warum ist das passiert? Warum bin ich hier wieder? Ich habe es noch nicht. Alter, jetzt habe ich mir aber schon. Was ist das? Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Das ist so krass. Das ist so heftig. Oh mein Gott, der Tornado ist zurück! Oktober 11? Ist es friday? Das ist nur vier Tage entfernt. Oh nein. Der Tornado ist zurück nach der Stadt. Chloe, du bist hier. Ich bin zurück. Oh mein Gott, das ist echt. Es ist echt. Oh mein Gott, das ist echt. Ich weiß nicht, was ich habe, aber ich habe es. Und ich habe Angst. Du musst aufhören. Es ist ein verdammter Tag. Es ist ein verdammter Tag. Was? Wie? Klima. Oder ein Wälder kommt. Was? 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 Was... Was? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da kann ich jetzt leider nichts dran ändern, weil es halt nun mal nicht länger ist. Aber ansonsten werden wir weitersehen. Und guck mal, hier können wir sehen, wie die Leute entschieden haben. Und die meisten haben den Nathan gemeldet. Die meisten haben Victoria getröstet. Es ist schön, dass es so viele gute Menschen gibt. Und Kate geholfen haben auch 82%. Du hast die Schuld auf dich genommen, du hast Chloe die Schuld gegeben, du bist im Versteck geblieben, du bist herausgekommen und einzugreifen. Also 36% sind im Versteck geblieben. Okay. 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 entscheidungen noch mal schauen wir mal kurz ja hier haben wir die episoden könnten uns drei euro sparen und es hießen pass nehmen aber ich weiß nicht ob da noch episoden kommen oder ob das dann komplett das ende ist bei episode 5 keine ahnung auf jeden fall sehr cooles spiel also mir gefällt viele vielen gefällt es nicht weil es halt kein shooter ist oder kein unbedingt so ein action spiel aber ja mir gefällt es ist ein tolles spiel auf jeden fall es macht spaß und ich freue mich auf jeden fall auf die nächsten kapitel davon und ich hoffe wir sehen uns dann auch bald wieder wenn es dann hier weitergeht an dieser stelle bis zum nächsten mal